Norddeutscher Rundfunk 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 Wasser, was ist jetzt Phase? Ja, Imi hat Geburtstag heute. Wir sind offiziell bei Kai Pflaumen, nur die Liebe zählt. Hat er uns, glaube ich, nie abgekauft. Was ist denn jetzt los? Warum stehen wir hier? Warten. Frank ist mit dem Tracker noch nicht da. Imi! Fucking Puck, Loser! Und zum Schluss, schön blöd. Schön blöd.